Ich bin ein Mann des Glücks und ich muss mein Glück suchen. Henry Avery, 1694. Und damit, Hallöchen und herzlich willkommen zu Let's Play Uncharted 4. Ein Spiel, auf das ich mich riesig gefreut habe. Und endlich, endlich ist es soweit. Und ich kann es auch spielen. Und es geht schon direkt los. Ja, das ist echt nicht gut. Festhalten! Leute! Sie holen einen aus! Ja, ich weiß, ich weiß. Dann gib Gas! Ich fahre schon so schnell ich kann. Scheiße! So, okay. R1 beschleunigen. Alles klar. Machen wir noch. Geht auf jeden Fall. Welche? Ach, die. Welche Insel? Okay, ja. Kamera. Okay, machen wir doch. Ach, da ist die Insel. Ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, geil, wa? Siehste? Es kommt schon noch Batsch, Junge. Soll ich irgendwie, wie Papa das macht hier? So, als alter Uncharted-Hase, ne? Oh, äh, hier, Abstand. Ja, soll ich da ran und jetzt Abstand oder was? Batsch, Junge. Geil, wa? So, wo ist denn diese? Oh, oh. Bomm, Junge. Wo lieber bist du? So. Äh. Auskommen jetzt, Batsch. Äh, großes Boot, großes Boot! Wie? Oh, oh. Scheiße! Alter, was ist das denn? Mal weiter zur Insel. Sie dürfen nicht vor dich fahren. Ja, ja, ich, äh. Ich tue, was ich kann. Jetzt mich bloß nicht. Oh. Alter, Junge, das ist ja... Das ist ja reiner Kriegszustand hier schon bald. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Alter, sie macht mich auch nicht die Dicke? Äh, wo ist noch? Achta! Batsch! Ey, joe! Komm schon, das war doch ein Treffer! Tja, wo steckst du? Oh oh, was? Komm schon, jetzt aber! Ja, da hast du schon gesagt. Oh! ich hoffe doch mal schneller fortschritt das ist ja besser so was das ich hoffe es doch aber wieder ja 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 ich war da ist gut ich soll ja ich tue was ich kann jetzt hättest mich bloß nicht so also die insel fahren aber nicht auf die felsen fahren, alles klar oh alter, was ist denn? wie? rechts? oh alter schwede was war das denn? was sollen wir nur mit dir tun? du bist die standpauken bestimmt längst leid ich bin es jedenfalls und jetzt musst du das wochenende hier bei mir bleiben statt mit den anderen den ausflug zu machen mir doch egal ja das ist der kern des problems ich verstehe nicht warum nur ich bestraft werde weil du den streit angefangen hast er wollte mein buch nicht hergeben ich hatte dir gesagt lass die bücher in deinem zimmer du bist selbst schuld daran er hat trotzdem kein recht es mir wegzunehmen gibt das dir das recht ihn einfach zu verprügeln? klar los es ging nicht nur um das buch es ging um das prinzip worum denn dann? rechts ich hebe es mir für die Beichte auf egal was ich versuche du scheinst unbedingt denselben weg einschlagen zu wollen wie dein Bruder was für ein Jammer das ist ein Jammerding das verstehst du einfach nicht Sam die Verlockung des Abenteuers ja sehr schön ja das erinnert mich gleich am dritten Teil ne wo wir auch einmal den jungen Nays gespielt haben wo er mal spielen konnte ne so können wir mal rumgucken ob hier irgendwas gibt ne ne komm ich irgendwie dahin ja ja ne äh noch mal rennen hm mh oh okay komm das werde ich mal sagen dann äh das überspringt alles klar machen wir doch jetzt nix, ne? na, es kommt schon wo muss ich jetzt überhaupt hin? da drüben, es leuchtet alles klar und hoch und rüber das ist noch alles klar, da kommt der durch das, alles klar, ne? ich meine, das sieht man natürlich sofort, wo wir hin müssen ist hier noch irgendwas oder wird die lassen? so falscher weg wie ein falscher weg? ich glaube mir nicht voll ähm, hier aber noch hopp hopp so ne, wohl keine kamera-hilfe so, wo muss ich jetzt lang? hier lang, hier lang erst, oder schön hier lang? sehr schön, sehr schön so achso, ja, ich muss da rein jetzt, ne? na, komm mal her okay still und leise da, still und leise da, still und leise so, hat sich irgendwas für mich? hm? ne, 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 nix, nix, ne? da machen wir natürlich noch vier so, dann komm, komm, komm oh, ist das nicht unsere Aufgabe? da werden die Menschen angezogen oh oh, da werden die nível zusammengezogen Was soll ich denn tun? Meine Meinung kennen Sie. Tja, ich bin noch nicht bereit, ihn aufzuhören. Sie müssen es einsehen. Gut. Rede mal. Okay. Gute Nacht, Vater. Gute Nacht, Schwester Gervin. Du kannst es ja zu ihm legen. So. Oh. Oh. Aktienruhe. Oh, wie fallen das? Wow. Meine Akte. Oh. Äh. Was haben wir hier lesen? Er sagt für uns Heim für Jungen Verhaltensbericht. Ich habe zufällig beobachtet, wie Edward mit einem von Nathans Büchern in der Luft herumgefuchtelt hat, um den Kleinen zu ärgern. Nathans hat sie sofort auf Edward gestürzt und den Größeren umgeworfen. Ich bin gleich hingerannt, um dazwischen zu gehen, doch da hatten sie es schon geschafft, sich gegenseitig zu schlagen. Jungen dienen halt, ne? Gibt es noch was? Gut, komm. So leuchtet es die Aktie nun auch nicht, ne? Gibt schon mal was. So, wo müssen wir denn jetzt hin? So, pass mal auf. Gibt es hier vielleicht irgendwas? So, ich gebe da nicht so schnell aufrechten. Ich bin mal hier auch irgendwas. So, pass mal auf mir. Nix, ne? Oh, da draußen ist ja einer. Ja, echt, immer zu. Das ist ja auch. Ja, rieche ich mal. Wo ist es schon? Ach. Ja, ja, irgendwie klar, ne? Ja, das ist ja ein bisschen vorhin noch große Klappe, ne? So als Alter ein Schadetasen, ne? Aber dann doch bloß entdeckt. Ähm, naja, gut, okay, egal. So. Ja, jetzt drehe ich um. Komm schon, mach schon. Dreh dich um. Dreh dich um. Ja, warum kann ich denn jetzt hier nicht? Ach, das war klar. Jetzt hast du es gemacht, ne? Hm. Das fängt ja richtig gut an. Aber ich, ich, ich hab, ich hab ja gedrückt, ne? Jetzt dreh dich endlich um, los. So, versagt's denn. Wo ist das denn? Und raus mit dir. Ja, sehr schön. Ach, so, fallen lassen, ja klar. Ich lass mich hier rüber, ne? So. Und hab die, ob du es über dich bekommst. Doch. So, pass mal auf da. Ähm. Ja, 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 kein Problem. War mal gleich, war mal gleich. Äh. So. Äh. So, jetzt gehen wir. Dann würde ich sagen. Junge, er ist halt aber auch schon bald aus dem Maler hier, ne? Ab. Naja. Ne, auch in jungen Jahren war unser Lieber nächst schon so agil und ein Glitterkünstler. Das Ding. Ich wusste es doch. Ausgaben schon jetzt aber auch mit Ja. Oh, komm. Ja. Sam? Was ist noch? Oh, du musst lernen, auf dich aufzupassen. Okay. Schön, dich zu sehen, kleiner Bruder. Was ist das? Echt jetzt? Schon wieder? Das ist nichts. Du wolltest dich doch von Ärger fernhalten. Er hat schlecht über uns geredet. Und? Er hat gesagt, Dad ist abgehauen, weil wir nutzlos sind. Und Mom ist in der Hölle, weil... Nathan, Nathan, komm. Die sagen das nur, um dich zu verletzen. Okay. Du musst lernen, darüber zu lachen. Wie du? Mach, was ich sage, nicht, was ich tue. Hier. Du bist noch krank. Okay. Also, was machst du hier überhaupt? Wenn die Namen dich erwischen, rufen sie die Polizei. Ich hab was für dich. Das kann nicht, dass Weihnachten war. Was? Das ist draußen. Wie war das mit dem Ärger noch? Das ist deine Ausnahme. Ja, wir müssen ja noch versprungen. Hier, die dir die Hand. Äh. Ja, ich hab' ich auch alleine geschafft. Ich hab' mal gucken, ob hier irgendwas liegt, oder so, vielleicht. Nix mehr. Haut. Äh, wo bist du denn jetzt? Ähm. Ich hab' auch mit dir aus. So, ne, ich komm' gleich, ich komm' gleich. Keine, keine, so, keine, so. Ich muss nur mal gerade gucken. Ah, Felix, okay. Man hofft ja doch irgendwie so, irgendwas zu finden, ne? Wie geht das Pater Duff? Er ist der einzige nette Kerl hier. Sag ihm doch mal hallo. Äh, keine Lust auf Schuldgefühle. Also komm hoch. Los, und, takk. So. So, hm. Ah so, ja, ja, gut gut gut. Hoppa! Das war leis. Komm. Komm mir schon, komm mir schon. Kein Türkeil. Doch schon. Ja, das dachte ich jedenfalls. Nein, ist auch egal. Dann geht's ab nach oben. Nach oben? Einfach mir nach. Genau. So. Okay. Und jetzt? Geht's ab nach oben. Hast du das schon mal gemacht? Ein- oder zweimal. Hier, komm schon. Du bist dran. Ja. Ja, wir haben schon auch mit dir. Hey, das geht ja dran los. Mhm. Jetzt verhalten. Okay. Hm. Wie ist das hier? Ach ja. Ach, hier wo? Ach, bist du was hier rum? Ah, hm? Könnte ich nicht da drüber gehen? Ja, warte. Gehst du noch mit diesem Mädchen? Ja. Weißt du? Ähm, ja, mein Name. Aktuell? Ja, nein. Hm. So. Und du? Alter, das ist doch kein Heim, das ist so eine Ruine ist das doch. Oh. Oh. Jetzt komm schon. Okay. Ach, mum. Kein Ruhm. Oh. 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 Nein, kein Ding für mich. Pass auf. Oh. Oh. Ja. Su่ami, tausend ein Ding. Ja. Ich kein Ding. Bleib bei mir. Ja. Ja, echt kein Ding. Das hat alles angefangen so ungefähr, ne? So, wo jetzt hier? Ja. nicht okay gut gut nicht mehr los komm rüber und tack ok so langsam mal hier durchgehen ist das eine Sünde? ich glaube ja oh, ja, das weg mal wohl bereit zu haben Ja, okay, weiter. So, komm, schauen. So hoch kann ich nicht springen. Geht mir einfach um die Ecke. Hä? Hier einfach um die Decke. Ach so, oh, ah. So, jetzt sind wir hier oben, ja? Schöner Ausblick, was? Ja, nicht schlecht. Warte mal, den Ausblick möchte ich aber genießen, du. Oh ja, geht so, oder? Neh. Oh 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 oh. Oh, da ist ein Both. Na, komm schon. Ja, sagst du schon mal hier oben? Du meinst doch, wir sind doch hier. Nein. aber kennst den Weg oder das ist mehr oder weniger du kannst du auswendig sie hier und schau mir zu Jo also also eigentlich nichts aber klar schaffst du das ja 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 und oh jawohl Alter geschafft ja geschafft ja natürlich ja das tut schon die ganze Zeit so weißt du was so jetzt bist du mal dran okay echt ja echt ich folge dir dann so geht das nicht okay äh lass mich raten dann muss ich da rüber ne okay dann mal los oh jawohl geil ist auf jeden Fall sehr schön jetzt lass mich raten voll voll da runter was denn jetzt da Genau so. Und draußen. Okay. Sieh mal. Wow, eine 250er? 250? Was redest du da? Nein, das ist die 500-Gubik-Twin. Wie krass. Ja. Sie ist geklaut. Wow. Ich? Clown? Ey, du solltest wissen, ich hab mich geändert. Ihr kauft von meinem schwerverdienten Geld. Ja komm, spring auf. Was? So etwas machst du doch nur, wenn du etwas gut machen willst. Du bist ein ziemlicher Klugscheißer, weißt du das? Okay. Ich hab da diesen Job. Gutes Geld. Sehr gutes, aber ich muss eine Weile weg. Was ist eine Weile? Für ein Jahr? Höchstens ein Jahr. Und dann bin ich ruckzuck wieder da. Okay? Du lässt mich hängen. Ach komm, mach's nicht so dramatisch. War's denn nicht schon genug, mich da drin zu lassen? Wie kannst du mir das antun? Hey, halt. Ich mach das für dich. Das Geld, das ich verdiene, ist für uns beide. Und wenn du in ein paar Jahren... Nimm mich doch mit. Äh, ich komm selbst kaum über die Runden. Ich kann helfen. Ich weiß, du findest das Waisenhaus beschäftigt. Du wüsst es. Ja, aber es ist für dich gerade das Beste. Okay? Du musst mir jetzt einfach vertrauen. Das ist nicht fair. Hey, das Leben war noch nie fair zu uns. Aber wir sind noch da. Oder? Stimmt. Tja, weißt du, das Motorrad war nicht die einzige Überraschung. Und die nächste muss ich dir wohl verderben. Was? Ich hab Mams Kram gefunden. Alles, was Dad verkauft hat. Ich kenn den Käufer. Sagst du mir das, damit ich mich besser fühle? Nein, ich schwöre es. Oh. Ah, am anderen Ende der Stadt. Wollen wir hinfallen und das holen? Du meinst still? Ah, es ist nicht gestohlen, wenn es uns sowieso gehört. Ich fürchte, die Polizei sieht das anders. Na, dann lassen wir uns nicht erwischen. Bist du bereit? Oh ja. Ähm, okay. Ja, ich kann's verstehen. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. was er 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 und er 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 und seine Säge um er wurde er ist noch das nur ein mit dem nicht die 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 Alta das war das Riechste es gibt's und jetzt kommt schon los kommt schon los Ja. Alter, Lone. Quatsch. Warte, 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 gleich, 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 gleich. Ach schon, jetzt kommt doch jetzt weg. Jetzt, Alter, komm, 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 komm. Los. Jetzt, 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 alles, los. Oh. Ruf mich an, wenn du groß genug dafür bist, ja. Ah, komm. Wie lange soll ich hier drin bleiben? Wo ist die Toilette? Direkt vor dir. Viel Spaß. Werde ich haben. Gracias. Steh auf. Oh Mann, ich hätte gerade so einen schönen Traum. Hey, 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 schon gut. Langsam. Bist du freundlicher, ja? Oh, schon der zweite los, ja? Ähm, gut, okay. Aber an der Stelle machen wir erstmal ein Päuschen. Und ja, bedanke mich erstmal für's Zuschauen in der ersten Folge oder bei der ersten Folge. Und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Danielco. Ciao, ciao.